Hey, das ist Karolin von Wetterbauern. Ein Rezept Haut, also nicht mal denken Wildkraut, wie wir denken alle gemeiß. Wir kochen Haut Stilmus oder Rübstil. Wenn irgendjemand weiss, wie der Blitze bei euch ist, kommentar. Ja, wir meinen asiatischen Stil Haut. Leben wir jetzt. Ein Kokosnuss. Ein Kokosnuss. Räuchst du mal an einen, schlussend an einen Dicksticker geschnitten. Wurzeln. Und auch an einen Dicksticker geschnittenen Knöwelek. Wenn der Knöwelek herkommt, dann ist er immer gerne an einen Dicksticker geschnitten. Als gemäß. Das geht einem immer sehr gut. Nicht wie zu würzen. Wirklich so. Ich habe jetzt meinen frischen Stil in den ersten Garten. Ich habe ihn nicht ganz klein. Wir müssen auch ein Gewürzeln. Ein Gewürzeln reicht. Für die Würzeln holen ich Kurkuma, Ingwer, Koriander, scharpe Paprika und Pappwurst. Und natürlich Sojazoos hernü. Dabei kann der Stimlos. Ein bisschen Sojazoos. Für ein bisschen Säst, Agavendicksaft. Und dann können wir den Rest dabei geben. Ein paar Schnudeln. Ein bisschen Doppeln. Ohne Fettreste. Und ein paar Mandeln. Du Dornnudeln. Du Dornnudeln brauchst jetzt drei Minuten. Das geht zackig schnell. Und das ist jetzt genug Zeit. Und das auch den Stil muss brauchen, für fertig zu gehen. 4-6-4. 5-6-4? 6-6. 6-6. 6-6. Bis zum nächsten Mal.